Okay, hier fehlt wieder ein Arm. Krieg 4. Uh, durch den Kopf. Clay hat die Spinne getötet, vergiftet ihn stattdessen. Tini immer hört ihn. Rotte setzt ihm die Spinne zusammen. Warte, meine Güte. Bullo ertrinken ist zu einfach. Hängen in Verzweiflung. Wow. Tödliche Selbstzerstörung. Dann füttert die Spinne. Wow. Selbstzerminierung durch Strom. Manipulierte Affen... Affektation durch Bedarf. What? Köder einfangen, aufspießen. Wow. Warum? In den Ofen. Vermeidet den Fahrstuhlschacht stattdessen opfern. Wow. Was? Da siehst du dann die, äh... Also da, wo das Licht ausgeht, die sind tot. Offensichtlich. What the fuck, man? Der Typ ist ja wahnsinnig. Ähm... Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Mega, Grabbefon hier. Ich glaub's ja wohl. Roulette-Kugel. Man sieht uns schwach in der Ferne. Okay. Okay. Alles klar. Okay. Eine Roulette-Kugel. So, so. Ach, guck mal, wer da oben steht. Sammeln sich die, sammeln sich die, sammeln sich die Jungs. Cocktailbecher. Spart Seiten voller mit Zahlstrichen, okay. Schmutzig, das Papier vergilbt, um dir etwas zu lesen zu können, okay. Okay. Sexy, brutal, flipper. Probieren wir das mal. Okay. War gut. Okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hallo, Baby! Okay, das war's interessant. Okay, das war's interessant. Krass. Okay, ähm... Die Kugel brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja schon verwendet. Können wir jetzt hier einfach geradeaus durch. Interessant auf jeden Fall. Sehr kurios. Zack. Ich glaube, hier muss man kurz rein, ne? Genau, da ist der Becher. Ah, alles klar. Da. Ah! Wir warten auch mal mit. Das nicht. Da. Da. Okay. Okay, hier kommen wir offenbar nicht drüber. Hier fehlt noch irgendwas. Da ranzukommen. Runter kommen wir auch nicht. Ihr hört das sanfte Geräusche des Ventilators. Was? Mit dem Brummen erwacht die Maschine zum Leben. Okay, alles klar. Okay, der war es nicht. Okay. Okay. Es scheint sich was zu tun. Ach, hier werden diese Butler hergestellt offenbar. Interessant. Der Boden ist nass. Geht's noch nasser? Ne. Okay. Was war hier? Ah ja, hier war der, genau, das hatten wir ja. Nur bei 19 ist es möglich Nummer 2 zu spielen. Was? Ja. 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 Ach so, okay, alles klar. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen den Arm von oben holen, um den zu aktivieren. Ach du meine Güte. Hä 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 hä. Ernsthaft? Wow. Ist klar. Ich glaube, das kriegen wir schon gar nicht mehr hin von der Zeit her, ne? Ach, da müssen wir echt komplett hinten durchlaufen. Warte mal. Warte mal. Kann doch hier, ah hier kann ich nur vorspulen, alles klar. Hier fehlt mir noch ein Raum und der Raum fehlt mir noch. Ach und hier sind diese Röhrenwege, alles klar. Ah, ja, 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 ja. Okay, ähm. Genau, Strom zuvor haben wir hier zudem. Fehlt der Rote allerdings noch irgendwie. Go, Trini, go! Ja, ich probier's, ich probier's, ich probier's. Okay. Okay. Okay, erste Frage, was ist das für ein Spiel? Zweite Frage, wie geht es dir? Äh, erste Antwort, das ist, äh, sexy brutal. Da geht's darum, dass du, äh, hier so der Typ hier bist und musst, äh, Morde verhindern. Ja, also wir haben schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Morde verhindert. Einer fehlt uns noch. Und für jeden Mord, den du verhinderst, kriegst du eine Maske mit einer besonderen Fähigkeit. Für dieses Haus. Oh, ich seh gerade, wir haben schon 41 von den Karten. Ja, das ist so'n, so'n kleines Knobelspiel. Kann man sagen. Oh, was war denn hier nochmal? Ach ja, richtig. Ich muss morgens sexy verhindern. Ja, so in etwa. Ja, ich muss dann wohl, äh, komplett nach oben durch. Das dürfte natürlich leider etwas schwierig werden jetzt um die Zeit. Das ist jetzt natürlich zu spät für. Glock, wie in Tinerdorf aufmerksam macht, dass da oben gebraucht wird, ja. Kiste haben wir schon. Und ansonsten, mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Vielen Dank. Vielen Dank.